Liebe Musikbegeisterte, oder die es noch werden wollen, willst du ein Instrument ausprobieren oder lernen, dann komm zu uns in die Musikschule Eisenhulzen. In den nächsten paar Minuten werden wir meine Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeiten an unserer Schule präsentieren. Grüß dich! Möchtest du auch gerne auf der Klarinette mal den Dance Monkey spielen? Dann melde dich bei der Musikschule Eisenhulzen. Ich freue mich auf dich! Bingo, das war einer da. Und wenn du wissen willst, was so eine Posaune noch alles kann, dann komm zu uns in die Musikschule Eisenhulzen. Kommt in die Musikschule Eisenhulzen und wir zeigen euch, was wir mit diesen Instrumenten noch so alles spielen können. Wenn auch du dir vorstellen kannst, die umfangreiche Welt des Schlagwerks in einem Blasmusikorchester oder zum Beispiel einer Rockband kennenzulernen, dann komm in die Musikschule Eisenhulzen. Wenn du wissen willst, ob Geige wirklich schwer ist, komm doch in die Musikschule Eisenhulzen. Und ich versichere dir, es ist leichter, als du glaubst. Komm in die Musikschule Eisenhulzen und überzeug dich selbst, was du mit dem Klavier alles machen kannst. Komm in die Musikschule Eisenhulzen und lerne Bassetuber. Mit diesem Instrument kannst du in fast allen Formationen mitspielen. So klingt das Flügelhorn, wenn man es in der Blasmusik spült. Was man mit dem Flügelhorn nur als spielen kann, das könnt ihr bei mir lernen in der Musikschule Eisenhulzen. Komm in die Musikschule Eisenhulzen, hier kannst du gerne deine Lieblingssongs auf deiner Gitarre spielen. Der Musikkater schlägt herum, schaut sich nach den Kindern um. Kommst du zur Musikschule Eisenhulzen, da lernst du den Musikkater und die Instrumente kennen. Tschüss! Kommt zu mir singen. Singen macht Freude, alleine oder in der Gruppe. Kommt zu mir in die Musikschule Eisenhulzen, weil... Weil man auf der Trompette die größten Stücke spielen kann. Hey, wenn du wissen möchtest, wie dieses Stück zu Ende geht und über die starische Monika mehr erfahren möchtest, ja dann melde dich in der Musikschule Eisenhulzen und komm zu uns. Christi, möchtest du auch gerne einmal wie der Papageno in der Zauberflöte die Querflöte spielen? Dann melde dich bei der Musikschule Eisenhulzen. Ich freue mich auf dich! Komm in die Musikschule Eisenhulzen und lerne Waldhörn. Dann können wir Musik spielen, die sonst nur andere Instrumente spielen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich einfach! Alles klar? Ich freue miche! Ich freue mich! Ich freue mich! Ich freue mich! Untertitelung des ZDF, 2020